Ich bin Lisa Schwarzkopf und bin an einer Ludwig-Versenius-Schule hier in Marburg. Das Klima hier an der Schule ist ein sehr angenehmes. Für mich ist es ganz wichtig, auch gut zu sein und motiviert, aber eben auch teamfähig zu sein. Das ist in meinem Teamsport sehr wichtig, aber auch eben bei der Ausbildung. Mein Name ist Matthias Vellenberg. Ich bin Standortleiter des Schulstandortes Handewitt. Die Ludwig-Versenius-Schulen sind für mich besonders, weil sie über ein unheimlich großes Netzwerk verfügen und sich ständig weiterentwickeln. Wir legen in der Schule den Grundstein und die Absolventen haben unheimlich viele Möglichkeiten, danach sich selbst zu entscheiden und selbst zu entwickeln, wo es denn hingehen wird. Die Ludwig-Versenius-Schulen sind für mich wie ein zweites Zuhause geworden. Die meisten Ausbildungen, die in den Ludwig-Versenius-Schulen stattfinden, sind Ausbildungen, die sowohl einen theoretischen als auch eine praktische Komponente haben. Die Ludwig-Versenius-Schulen sind eine Marke geworden. Und eine Marke heißt ja Vertrauen. Die Fresenius-Tradition heißt, wo Fresenius draufsteht, muss auch Fresenius drin sein. Die Ludwig-Versenius-Schulen bilden Menschen aus, die etwas bewegen wollen. Mehr als 20 Ausbildungsberufe deutschlandweit. Ausbildungsberufe Untertitelung des ZDF, 2020